Dan Blockers letzte Folge auf Bonanza ist zu schwer zum anschauen. Bonanza ist eine klassische westliche Fernsehserie, die 14 Staffeln lang lief und damit nach Gunsmoke die zweitlängste westliche Fernsehserie der Geschichte ist. Viele führen das Ende der Serie auf den tragischen und frühen Tod des Schauspielers Dan Blocker zurück, der in der beliebten Sendung die Figur von Eric Horst Cartwright spielte. Dan starb kurz nach Abschluss der Dreharbeiten zur 13. Staffel der Serie, was den Ausgang der folgenden 14. Staffel drastisch beeinflusste. Die Show sank nach dem Verlust einer der Lieblingsfiguren des Publikums erheblich in den Einschaltquoten und ihre 14. Staffel würde am Ende ihre letzte sein. Viele halten Dan Blockers letzte Folge für das wahre Finale der Serie und es kann für sensible Zuschauer, die ihre Fernsehgeschichte kennen, etwas schwierig sein durchzuhalten. Treten Sie unserem Kanal bei, während wir herausfinden, warum die letzte Folge von Dan Blocker von Bonanza schwer anzusehen ist. Bonanza war eine westliche Fernsehserie, die 1959 ausgestrahlt wurde und schnell zum Publikumslieping wurde. Die Show war so erfolgreich, dass sie nach Gunsmoke zur zweitlängsten westlichen Fernsehserie aller Zeiten wurde. Gunsmoke lief 20 Staffeln lang, während Bonanza nur 14 lief. Bonanza hätte jedoch möglicherweise die Chance gehabt, Gunsmoke in seiner Anzahl von Staffeln zu übertreffen, wenn dann nicht der tragische Tod von Dan Blocker im Jahr 1972 gewesen wäre. Horst Cartwright nicht nur ein wichtiges Mitglied der zentralen Cartwright-Familie von Bonanza, sondern auch ein eigenes Ehrenmitglied. Die Besetzung und die Crew von Bonanza dachten genauso über Dan Blocker und sie waren am Boden zerstört, als sie erfuhren, dass der Schauspieler plötzlich und auf tragische Weise verstorben war. Die letzte Folge von Bonanza mit Dan Blocker als Hoss wurde im April 1972 ausgestrahlt und war das Finale der 13. Staffel der Serie. Alle haben erwartet, dass die erfolgreiche Serie noch viele Monate weitergehen würde und die geplante Premiere der 14. Staffel der Show sollte sich um die Figur von Hoss drehen, die heiratet. Leider machte der frühe Tod von Dan Blocker eine Neufassung des Drehbuchs erforderlich. Dan Blockers letzte Folge Die letzte Folge von Bonanza, in der Dan Blocker den Charakter von Hoss darstellte, hieß One Ace Too Many und es war nicht gerade eine Hoss-fokussierte Folge. Stattdessen lag das Hauptaugenmerk der Episode auf der antagonistischen Gastfigur von Bradley Meredith, wie sie von Serienleiter Lorne Green dargestellt wird. Lorne Green war natürlich der Schauspieler, der die Hauptfigur von Ben Cartwright spielte. Ben Cartwright war der Patriarch der zentralen Cartwright-Familie der Serie und damit die Hauptfigur der Serie. Unterdessen war Bradley Meredith eine Figur, die absolut identisch mit Ben Cartwright aussah und die in einer Episode von One Ace Too Many aufgetreten war. Als Antagonist in der Folge ist Bradley zu sehen, wie er versucht die Leute glauben zu machen, er sei Ben Cartwright, während die echten Cartwrights nicht auf ihrer ehrwürdigen Ranch sind. Bradley Meredith ist fast erfolgreich in seinem Versuch, die Bevölkerung auszutricksen. Bens gesamtes Vermögen zu verkaufen und mit dem Gewinn davon zu kommen. Aber sein hinterhältiger Plan wird glücklicherweise vor dem Ende der Episode vereitelt. Das Finale der 13. Staffel von Bonanza kam und ging und hätte wahrscheinlich nicht viel historischen Wert, wenn es nicht die Tatsache wäre, dass es am Ende Dan Blockers allerletzten Auftritt als Charakter von Hossen hielt. Etwa einen Monat nach der Ausstrahlung des Staffelfinales verstarb Dan auf tragischer Weise an den Folgen einer scheinbar harmlosen Operation. Dan Blocker hatte Probleme mit seiner Gallenblase und er ließ sich routinemäßig operieren, um sie entfernen zu lassen. Als die Operation abgeschlossen war, liefen die Dinge tragisch schief. Der Schauspieler entwickelte schließlich mehrere Blutgerinnsel in seiner Lunge und diese Blutgerinnsel führten dazu, dass er an einer Lungenembolie starb. Wie die Besetzung und die Crew von Dans Tod erfuhren Als Cast und Crew von Bonanza erfuhren, dass Dan Blocker verstorben war, waren sie ihren Boden zerstört. Sie waren nicht nur erschüttert über den Verlust des Mannes, sondern auch traurig, als sie erfuhren, dass ihr geliebter Freund und Kollege an solch scheinbar vermeidbaren Ursachen gestorben war. Die meisten hatten gewusst, dass Dan sich einer Gallenblasenoperation unterziehen würde, aber die Operation war so banal, dass niemand vorhersehen konnte, dass etwas schief gehen würde. Dan war damals erst 43 Jahre alt und galt als ziemlich gesund und stark für sein Alter. Der Schauspieler war einem hinter 90 groß und sein Onscreen-Vater Lauren Green vermerkte diese Tatsache, als er den Star lobte. Laut Lauren konnte er nicht glauben, dass ein so scheinbar einfaches Problem jemanden so groß und stark wie Dan ausschalten konnte. Dan Blocker spielte das mittlere Cartwright-Kind, wobei der alte Bruder seine Figur in Bonanza, Adam Cartwright und der jüngere Bruder seine Figur in der Serie Little Joe Cartwright war. Little Joe Cartwright wurde von einem relativ frischen Michael Lennon gespielt, da später für seine Arbeit an einer anderen klassischen westlichen Fernsehserie bekannter wurde, nämlich Little House on the Prairie. Neben der Rolle des Little Joe Cartwright bei Bonanza war Michael Lennon zum Zeitpunkt der 14. Staffel auch Regisseur und Autor der Serie. Nach Dans Tod wurde Michael Lennon auf verschiedene Weise unter Druck gesetzt. Michael hatte nicht nur die Aufgabe, die Premiere der 14. Staffel der Serie kreativ zu gestalten, die von Grund auf neu geschrieben werden musste, sondern sein Charakter des Little Joe Cartwright sollte auch mehr zu einer zentralen Figur in der Serie werden, in der eine Lücke entstanden ist. Kreativ entschied sich Michael Lennon mit dem Verlust von Dan Blocker auf ziemlich subtile Weise umzugehen. Der Charakter von Hoss wurde in der Serie getötet und die Nachricht von seinem Tod wurde dem Publikum durch eine beiläufige Bemerkung mitgeteilt. Ein Grund für Hoss Tod wurde anfangs nicht einmal angegeben, obwohl die Geschichte des Todes der Figur schließlich ihren Weg in einen von Bonanzos Fernsehfilmen fand. Obwohl der Tod der Figur in der Serie kaum erwähnt wurde, schrieb die Tatsache, dass Hoss getötet wurde, Fernsehgeschichte. Es war das allererste Mal, dass eine beliebte Figur in einer Fernsehserie nach dem Tod eines Schauspielers getötet wurde. Zuvor wurden Charaktere auf unschuldige Weise abgeschrieben oder verschwanden einfach. Jetzt ist es eine Zeit von Ihnen zu hören. Wussten Sie, dass Dan Blocker von Bonanza nach einer Routinenoperation an Komplikationen gestorben ist und dass der Onscreen-Bruder Michael Lennon derjenige war, Also Schauspieler Michael Lennon, dass Jürgen Lennon der皮burg-Ündelung gelegt hat,